Und Peter Hahne hat genickt. Das heißt, das Nicken bei Nius zu einer These, ob das Julius Böhm ist, Alex Puroka oder Julian Reichelt. Das Nicken bei Nius ist verboten. Rede und Meinungsfreiheit in Deutschland sind tatsächlich in Gefahr. Und darüber sprechen wir jetzt bei News Live. Ja, hier zeigen wir mal das Bild, um das es geht. Ich zeige es in diesem Fall in die Kamera, im Stil eines Filmplakats, wie bei der Pate. Kennen wir alle. Tolles Bild. Oben drüber steht, kleingedruckt, ihr Plan, ein Land zu destabilisieren, das Volk zu spalten und in den Untergang zu zerren. Dann die Gesichter von Scholz, Lindner, Habeck, Lang, Lauterbach und Co. Und unten nochmals kleingedruckt, verächtend, respektlos, habgierig, ehrenlos, verlogen, korrupt, anstandslos, senil, unfähig, rücksichtslos, psychisch gestört, überbezahlt, realitätsfremd. Der Titel drüber, die Lügner 2.0. Ja, ein Kunstwerk. Lieber Herr Hane, 900 Euro Strafe für den Pensionär aus Biberach in Baden-Württemberg. Und man muss es betonen, der 69-Jährige hat dieses Bild nicht verfasst. Er hat es nur geteilt. Also quasi Kontaktschuld, das ist doch unglaublich, oder? Naja, Kontaktschuld und Brandmauern ist ohnehin was für Idioten und Schwachsinnige, die nämlich keine Argumente haben. Die brauchen sowas. Das ist das eine. Das andere, was auf diesem Plakat steht, das der ja nur geteilt hat, ist ja zu 95 Prozent wissenschaftlich nachweisbar, dass es stimmt. Es ist also noch nicht mal eine Beleidigung. Und wenn es eine Beleidigung wäre, der Trick ist ja jetzt, alles darf gemeldet werden, was sogar unterhalb der Strafbarkeitsgrenze ist. Das ist ja das Dramatische. Nicht nur das, was offensichtlich eine Beleidigung ist, ist strafbar. Sondern selbst, wenn Sie das Gefühl haben, ich fühle mich jetzt beleidigt. Und jetzt sage ich mal ganz zu Anfang, es sind sicherlich auch eine ganze Reihe Zuschauer, die jetzt in Thüringen, Brandenburg und Sachsen es wagen, die AfD zu wählen. Herr Söder nennt die Wähler Parasiten. Herr Steinmeier nennt diese Wähler Ratten, weil sie ja einem Rattenfänger folgen. Und diese Dame mit dem Vierfachnamen, die ja Denunziationsanklage als Geschäftsmodell hat von der FDP, nennt es ein braunes Stück Scheiße. Ich habe nicht gehört, dass diese drei Personen im Gefängnis sitzen oder bestraft worden sind. Wir haben zweierlei Maß und das ist das Schlimme. Das Entscheidende oder das Problem sind ja nicht die Meldestellen, sodass in diesem Fall offenbar ein Amtsgericht durch das Teilen dieses Plakates und man kann sich über die Wortwahl streiten, sollten wir im politischen Diskurs so harsch werden, sollten wir so deutlich werden, sollten wir auch mit medizinischen Begriffen wie psychisch krank oder senil arbeiten. Darüber kann man sich streiten, über den Stil, aber ein Amtsgericht hat nun geurteilt, dass eine Person, die diese Aufzählung, die offensichtlich eine Meinungsäußerung ist, nicht mehr machen darf, dafür 900 Euro Strafe bezahlen soll. Ich gehe schwer davon aus, dass die höheren Instanzen das wieder zurücknehmen werden. Wir erinnern uns an andere Beispiele, wo das auch passiert ist. Und das ist ja das Problem. Die Meldenstellen, die sind schlimm genug, die sorgen für Denunziation, die sorgen für eine Stimmung von, ich gucke mal, was der Nachbar in seinem Vorgarten da so treibt. Aber wenn ein Gericht, ein unabhängiges Gericht anfängt, diesen Zeitgeist zu übernehmen, die Verurteilung von Rentnern, die da irgendwelche Sachen bei Facebook teilen, dann wird die Luft schon etwas dünner, weil dann überlegt man sich zwei oder dreimal, was man sagt, was man tut, was man teilt. Es geht ja nicht mal darum, es selbst zu entwerfen, aber Teilen bei Facebook ist wie, sich bei einer Demonstration dazuzustellen. Und der auf der Bühne sagt irgendetwas und ich war ja da, es wird dann irgendwann als Unterstützung ausgelegt und dann wird sogar sowas. Zumindest mal in der psychischen Ebene schwierig gemacht und man lässt es vielleicht. Und so geht nach und nach Meinungsfreiheit und am Ende, ja der Kern, das ist ein sehr, sehr wichtiger Kern der Demokratie, die Demokratie kaputt wird. Und jede Umfrage sagt ja übrigens auch, egal welches Institut, immer mehr Leute sagen jetzt, wir trauen uns nicht mehr, unsere Meinung zu sagen. Es sind inzwischen mindestens 80 Prozent. Und da kann ich nur sagen, da ist etwas so ins Rutschen geraten. Naja, es soll die Ebene der Beobachtung, ob Menschen gesetzes- und rechtstreu sind, von den offiziellen Behörden, von der Polizei, ist eine Strafverfolgungsbehörde, verschieben zu den Bürgern, die untereinander eine moralische Kontrollinstanz entwickeln sollen. Und so wie Herr Hane gesagt hat, ja nicht nur auf Ebene des, habe ich ein Gesetz gebrochen, habe ich, keine Ahnung, meinen Wagen gewaschen, obwohl ich keinen Ölabscheider habe, oder habe ich meinen Nachbarn beschimpft, weil der Gartenzwerg schief stand, oder habe ich irgendwie, keine Ahnung, häusliche Gewalt angewandt. Wo es ja auch in Ordnung ist zu sagen, hier, die streiten sich ständig, da wird geschrien, da fliegen Sachen umher, irgendwie soll die vielleicht mal vorbeifahren. Aber es geht ja auf die Ebene des Moralischen, des Psychologischen, dass eine politische, mediale Elite gibt vor, was richtig und falsch ist, was noch sagbar ist. Man darf nicht mehr sagen, es gibt nur zwei Geschlechter, man darf niemanden fragen, wo er herkommt und so verschiedene Dinge. Am Ende wird gesagt, wenn jemand sich ein Steak auf den Grill legt, sollte man vielleicht auch mal vorbeischauen, ob er irgendwie komische Gedanken haben könnte. Und so trieft Ideologie in ein gesellschaftliches Miteinander ein. Und das macht halt, sorgt für Unvertrauen, das sorgt für gegenseitige Denunziationen. Wir haben es in der Corona-Krise erlebt, da wurde gesagt, hier nebenan, da sind mehr als zwei Leute, die Weihnachten feiern. Da muss man vielleicht mal vorbeikommen, die Tür eintreten. Und das sind Situationen, die ich möchte mir nicht vorstellen, ich möchte nicht in diesem gegenseitigen Angst- und Beobachtungsszenario leben. Ich möchte, dass solche Dinge in Händen von Profis und Behörden sind, die sich an Recht und Gesetz halten. Also im Grunde reden wir hier über die Wiedereinführung eines Blockwart-Systems, was im Grunde so initiiert wird. Ja, im Endeffekt heißt es ja, wir haben dich im Blick. Das ist es. Bist nicht sicher. Und da kann ich nur sagen, lesen Sie auf News unseren Kollegen Ralf Schuler, der Ostsozialisiert ist, der einen Kommentar geschrieben hat, der ist so großartig. Und da geht es einem durch Mark und Bein. Es ist, wie er sagt, ja nicht mehr DDR 2.0. Es ist inzwischen schlimmer als in der DDR, was wir hier erleben. Und das sagt jemand, der selber aus dem Osten stammt und das am eigenen Leib erlebt hat. Jetzt nur ein Beispiel. Unsere vorletzte Sendung, bevor die Sommerpause bei News anfing. Dieser schreckliche Skandal in Bad Oeynhausen, in meiner Heimat, wo ein Abiturient von meiner Schule, ja von einem Syrer niedergeschlagen, ermordet und dann der Kopf zertreten worden. Ich habe mich hier wahnsinnig aufgeregt und als mein Pulver verschossen war, wo Julius Böhm jetzt steht, stand Julian Reichelt und doppelte nochmal nach. Jetzt haben die Medien, die Monopolmedien in meiner Heimat Westfalen, drei Monopolzeitungen, Bielefeld, Herford, Minden, mir eine ganze Seite gewidmet mit der Überschrift Lügen, Populismus und dann wie schrecklich das hier bei News gewesen wäre. Ich hätte das ja sozusagen falsch interpretiert. Und dann, als sie von mir kein Zitat mehr hatte, wurde Julius Reichelt zitiert, Julian, Entschuldigung, Reichelt zitiert, mit dem ich ja nie wieder auftreten darf jetzt. Denn da, er sagt, es sind ja immer die gleichen Täter, sie kommen eben aus dem Ausländer, also Landenmilieu und so weiter. Und dann kommt der Satz, und Peter Hane hat genickt. Das heißt, das Nicken bei News zu einer These, ob das Julius Böhm ist, Alex Puroka oder Julian Reichelt, das Nicken bei News ist verboten. Das schreiben unsere Kollegen, die ich dann nicht mehr Kollegen nenne. Järi und Jäger Vielen Dank.